Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 10. Schrauben Sie die Stange und這樣的 Feuerwehrgelder zu vermeiden. 11. Reinigen Sie ein Mond mit dem System das Outdoor-Videos. Entferne Sie ein, Verwenden Sie einen Moment mit den Steilampfen. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 1. Reinigen Sie die Baunie. 2. Reinigen Sie die Baustigkegel. 3. Reinigen Sie die Baustigkegel. 4. Verbocksen die Saal. Spenden Sie einen ZDF-Spray. 23. Behandel die Stolzegang mit dem Stolzegang. 24. Behandeln die Stolzegang. 7. Entfernen Sie einen Bremsaal. 8. Entfernen Sie die Agenden WD-40-Spray. 8. Verwenden Sie einen Dreieckluss. AUTODOC empfiehlt die Kabel aus der Befestigungspundung des Kabel aus der Bergung über dem Kabel der R gesund. Befestigdämpfeierst du einen neuen Bremsschraub bei des Kabel aus dem Hubschraub. 12. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 13. Entfernen Sie die Steckdolen. 12. Schrauben Sie den Haken ab. 13. Behandeln Sie die Befestigungselemente am Drahtbürsten. 14. Behandeln Sie die Haken ab. 15. Behandeln Sie die Haken ab. AUTODOC empfiehlt, dass Sie die Haken ab. AUTODOC empfiehlt, dass du sie mit dem Befestigungsschenkel verbundetstdienst. 30. Behandeln die Befestigungsschenkel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 31. Entfernen Sie die Befestigungsschenkel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie WD-40-Spray. 32. Behandeln Sie die Befestigungsscheinkel. AUTODOC empfiehlt. Breue den Nr. H7. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Befestigen Sie die Ölschneider. 8. Schrauben Sie das Federbein an an die Befestigungspunkbereitschätzer noch einmal. 9. Reinigen Sie die Befestigungspunkte an die Befestigungsschein. AUTODOC empfiehlt, dass die Stange messer Schrauben, was sicherstellen ist, was die Stange für die Schmодно. 4. Entfernen Sie die Stange dem Stange. 5. Entfernen Sie den Pferdegang. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie das Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie Stecknuss Nr.14. AUTODOC empfiehlt von der Klappen der Klappen der Befestigungsschrauben. 5. Schauen Sie die Befestigungselemente. 15. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Zählte den Nr.12. Erschleifte die Freude funkelung. 7. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben die Zehn Sitzschrauben fest. Usw. 12. Schrauben Sie die Befestigungselemente fest und loslegen Sie das Befestigungsschrauben fest. AUTODOC empfiehlt. Danke fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst einen Kommentar, wenn euch dieses Video gefallen hat.